Ja, mein Sommerlacher Smashers hier und wir erstellen heute deinen Trainingsplan. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Trainingsplan erstellen kannst. Das Ganze an sich relativ einfach. Wenn du deinen Trainingsplan erstellen willst, musst du dir als erstes überlegen, was willst du erreichen? Was ist dein Ziel über das nächste Jahr, die nächsten sechs Monate, zwei Jahre, was auch immer? Was ist dein Ziel? Willst du Muskeln aufbauen? Willst du Fett abbauen? Was willst du tun? Das musst du erreichen. Das musst du wollen. Das ist dein Ziel für die nächste Zeit. Und wenn du dir dieses Ziel aufgeschrieben hast, dieses Ziel hast, dann trägst du das in den Plan ein. Dann gehst du hier oben her und setzt dein Ziel ein. Nachdem du hier erst deine Angaben gemacht hast, trägst du dann hier dein Ziel ein. Jetzt musst du dir aber überlegen, wie kann ich dieses Ziel erreichen? Sehr wahrscheinlich, weil du hier auf einem Fitnesskanal gerade bist, durch Krafttraining. Oder Ausdauertraining, ich weiß nicht, was du erreichen willst. Wahrscheinlich aber durch Kraft. Sehr wahrscheinlich. Dann musst du dir überlegen, wie oft kannst du trainieren? Wie passt das für dich in deine Zeitplan? Wie oft kannst du trainieren? Kannst du zweimal die Woche trainieren? Dreimal die Woche? Viermal die Woche? Keine Ahnung. Und dann gehst du auch wieder in deinen Plan und trägst es dort direkt ein. Dann gehst du hier und trägst hier ein, wie oft kannst du trainieren? Dann haben wir zweimal die Woche 60 Minuten. Fangen wir das mal ein. Zweimal pro Woche 60 Minuten. Und wenn du dir jetzt überlegt hast, wie du dein Ziel erreichen kannst, wie oft die Woche du an deinem Ziel arbeiten kannst, wie du auf dein Ziel hinarbeitest, solltest du dir jetzt überlegen, nachdem du dir dein Ziel gesetzt hast, welche Übungen machst du? Du bestellst deinen Trainingsplan. Gehst jetzt her. Gehst mit mir in die Vorlage. Die übrigens als Download verfügbar ist. Link dazu unten in der Beschreibung. Das ist ein Word-Dokument. Wenn ihr aber kein Word habt oder so, könnt ihr auch einfach Google-Docs benutzen. Das mache ich ja hier auch gerade. Das ist auch gerade in Google-Docs. Da könnt ihr das Ganze dann anschauen. Dann musst du dir überlegen. Du setzt eine Wiederholung machst. Ich würde das erstmal offen lassen, dir eine Vorgabe dazu geben, weil du kannst es dann unten in den Übungen machen. Dann musst du dir überlegen, wie hart bist du am Trainieren? Wie lange sollte deine Ersatzpause sein? Wenn du das überlegt hast, kriegst du hier ein, keine Ahnung. Trainierst beispielsweise jetzt mal in dem niedrigen Wiederholungsbereich. Das heißt, du brauchst eine längere Pause. Dann sagen wir mal, du machst 120 Sekunden, also 2 Minuten Pause oder 3 Minuten, 180 Sekunden Pause. Dann solltest du dir überlegen, welches Timing willst du machen? Wie willst du die Übung selber machen? Willst du eine starke Negative haben? Willst du einfach ganz normal machen? Willst du eine lange Statik, also viel Halten drin haben? Du musst dir alles überlegen. Wir machen jetzt einfach mal Standard. Das wäre 2,0, 2 Standard. Dann solltest du dir überlegen, wie oft du trainierst, weil wir das ja hier oben festgelegt haben. In dem Fall zweimal die Woche solltest du hergehen und sagen, gut, ich nehme hier diese Tabelle in meinen Übungen und kopiere mir die so oft rein, wie ich sie brauche. So wie jetzt zweimal. Gut. Dann mache ich hier noch Tag B draus. Dann habe ich Tag A, Tag B. Dann hast du dir ein Ziel gesetzt. Dann gibst du hier deine einzelnen Muskeln ein. Welche Muskeln du machst und so weiter. Und beispielsweise an dem Tag, keine Ahnung, machen wir Oberkörper. Und an dem Tag machen wir Unterkörper. Ich würde dir empfehlen, hier ist einfach ein bisschen genauer aufzuschreiben. Wie Rücken, Schulter, Arme, sowas. Aber ich will dieses Tutorial jetzt einfach, um dir das mal grob zu zeigen. Reicht das, wenn wir hier Oberkörper, Unterkörper sagen. Und dann gibst du deine einzelnen Übungen an. Also hier Übung 1, 3 Sätze, 10 Wiederholungen. Übung 2, machen wir 4 Sätze, machen wir nur 6 Wiederholungen. Übung 3, 3 Sätze, auch 6 Wiederholungen. Und so gibst du dir dann letztendlich deinen eigenen Trainingsplan. Was ich dir empfehlen kann, ist, einen Wiederholungsbereich zu nehmen. Also sagen wir mal 6 bis 8 Wiederholungen. Weil der Vorteil daran, wenn du dir einen Wiederholungsbereich gibst, ist, dass du ein unteres Limit setzt. Wo du dann vom Gewicht wieder ein bisschen runter musst, wenn du es nicht schaffst. Und ein oberes Limit, wo du es schaffst, du weißt, ich habe jetzt an dem Trainingstag jeden Satz geschafft, da drüber zu kommen. Und dann auch erhöhen kann. So gibst du dir ein bisschen weniger Spielraum, weniger Interpretationsspielraum. Weißt genau, was du machen musst. Du kannst dich dann reinsteigern. Das ist letztendlich einfach, wie du einen Trainingsplan erstellst. Also das meiste ist dann hier die Überlegung, welche Übungen machst du, wie passen die auf dein Ziel und so weiter. Und das hier unten anzupassen. Aber so erstellst du einen Trainingsplan, der kann 2 bis 3 Monate halten. Und dann gibst du dir wieder einen neuen, der auf dein großes Hauptziel anpasst. Da solltest du jetzt aber gucken, wenn du dir alle 2 bis 3 Monate ein neues gibst, du hast ja ein übergeordnetes Hauptziel. Dein übergeordnetes Hauptziel bestimmt, was du beispielsweise in dem Jahr, im halben Jahr, in zwei Jahren, was auch immer machst. Und dann hast du kleinere Unterzieler. Also sagen wir, du hast Muskelaufbau als Hauptziel. Dann kannst du die ersten 3 Monate, ich beispielsweise um deinen Oberkörper kümmern. Danach um deinen Unterkörper, dann wieder um den Oberkörper und wieder um den Unterkörper. Und somit wechselst du die ganze Zeit hin und her, gibst dem Körper einen anderen Reiz, setzt einen anderen Fokus. Und verfolgst dann immer noch dieses Hauptziel. Das ist so diese Periodisierung, die du auf jeden Fall machen solltest. Ich hoffe, es konnte dir helfen, einen Trainingsplan zu erstellen. Ich hoffe, man konnte das auf dem Google-Doc jetzt gut nachvollziehen. Das Doc hier, wie du es hier gerade siehst, findet sich auch unten in der Beschreibung, sodass du es einfach runterladen kannst. Und dann einfach den Trainingsplan erstellen kannst. Dann würde ich sagen, wenn dir das Video irgendwie geholfen hat, sub rein. Lass mir einen Sub da. Guck, dass du die anderen Smashfit-Episoden noch in dich rein saugst, damit du weißt, wie du trainieren solltest, worauf du achten musst usw. Sub rein, hier sind auch noch zwei Videos, die du gucken kannst. Das Neiste von meinem Kanal ist Fitness- oder Vlog-basiert, also das, was bei mir gerade abgeht, oder Fitness. Wenn du aber Fragen hast, schreib dir einfach mal in die Kommentare, dann mach ich dir auch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, guck mir einfach die zwei Videos an.